Oh verdammt, jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video Kanal. Heute spielen Minecraft Skywars auf der Map Locos. Auf jeden Fall Leute, grüßt euch KickingPoichi. Ich blende mal eben den Kommentar ein, den er geschrieben hat. Auf jeden Fall Leute, falls ihr auch gegrüßt werden wollt, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht kommt ihr dann auch im nächsten Video ran. Denn ich grüße pro Video jetzt immer eine Person und mit Glück kommt ihr ja ran. Ah, er hat ne Wort. Okay, wir haben zwei Fels jetzt gedrückt. Was sollten wir jetzt eigentlich haben, wenn wir diesen Gap essen? Er drückt uns, er drückt uns. Okay, GG Leute. Ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich auch in der nächsten Runde Skywars wieder. So Leute, damit sind wir jetzt in der nächsten Runde Skywars auf der Map Caribbean. Auf jeden Fall Leute, schreibt mal Verbesserungsvorschläge rein. Oder schreibt Challenges rein, Leute. Sagen wir haben so viel Enderpellen, perlen wir uns mal da schön hin. Leute, auf jeden Fall sind wir jetzt Full-Dia. Auf jeden Fall sitzt da vorne unser erster Gegner. Ich hoffe einfach mal, der hat nicht so viel Skill. Ja, das Weglaufen beherrscht er auf jeden Fall schon mal als große Kunst. Und, ja, zwei Hits. Okay, jetzt hat er sich gehillt. Er ist auf jeden Fall da drin. Fallfett reingeworfen. GG Leute, der hat uns auf jeden Fall ein Hit gelandet. Ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich auch in der nächsten Runde Skywars. So Leute, dann sind wir auch in der nächsten Runde auf der Map Valera. Auf jeden Fall haben wir ein ziemlich gutes Equip aus der ersten Kiste bekommen. Mit dem Equip bin ich mir zuversichtlich, dass wir diese Runde gewinnen. Jetzt sind wir Full-Dia auf jeden Fall, Leute. Ich glaube, dann töten wir jetzt mal den ersten. Oh, verdammt. Wir haben uns auf jeden Fall gesaved. Alter, der will mein Wasser wegmachen. Okay, Leute, müssen wir noch diesen Block abbauen, aber der dauert ein bisschen. Das war dumm von ihm. Wäre er nicht mit uns reingesprungen, hätte er safe überlebt. Aber er dachte, safe hat besser als Equip. Ja, der Typ weiß auch, dass ich besseres habe als er. Und damit kann er jetzt nicht gut kommen. Komm schon, komm schon. Ich bin auch nur, ich bin auch nur leicht am Schwitzen. Ist das denn so schwer? Komm, dann musst du dich jetzt nicht vercampen. Ich mag dich doch ganz gern. Tschüss. Ja, ich habe auf jeden Fall know what, Leute. Nice, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber zwei Kills schon mal. Ist gut für die Map. Oh, der Typ weiß das ja weh. Was tust du denn hier? Okay. Ja, jetzt habe ich ihn geboostet. Da dachte er, er kann mich ins Web setzen. Okay, damit sind wir jetzt auch beim nächsten. Bitte, wir kommen an, Enderperle. Wie auch immer die Enderperle nicht angekommen ist, Leute. Wir auf jeden Fall GG. Und Leute, ich würde sagen, dann sehen wir uns jetzt gleich auch noch mal in der letzten Runde Skywars. Yo, Leute, damit sind wir in der nächsten Runde auf der Map Castle. Auf jeden Fall haben wir richtig gutes Equip, ne? So, Leute, wir sind jetzt bei diesen wunderschönen Nachbarn. So, gehen wir weg. Ja, ja. Ja, du willst ja auch das Battle, ne? Mal klar, so ein Sparko Phoenix staubt uns jetzt ab und fällt es runter. So, Leute, das war's noch mit diesem Video. Lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.